Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Dennis von TestVenture und in diesem Video zeige ich dir, wie du ganz leicht deinen Snapchat Avatar, auch bekannt als Bitmoji, löschen kannst. Los geht's! Um jetzt also deinen Avatar zu löschen, öffnen wir als erstes unsere Snapchat App am Smartphone. Ist die App geöffnet, drücken wir oben links auf unser Profilbild. Auf unserem Profil angekommen, drücken wir oben rechts auf das Zahnrad-Symbol. Jetzt sehen wir auch schon fast ganz unten den Punkt Bitmoji. Im nächsten Fenster sehen wir dann unseren aktuellen Avatar, den wir bearbeiten, verändern oder löschen können. Wir möchten unseren Bitmoji komplett löschen und wir drücken dafür ganz unten auf den grauen Button mit Bitmoji entfernen. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch einmal mit löschen bestätigen. Und schon wurde unser Bitmoji erfolgreich gelöscht. Wenn wir möchten, können wir jetzt einen ganz neuen Avatar erstellen. Und das soll's auch schon gewesen sein. Wenn ich dir also weiterhelfen konnte, dass du deinen Snapchat Avatar löschen konntest, dann würde ich mich freuen, wenn auch du uns durch ein Like, ein Abo oder ein Super-Sanks unterstützen würdest. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal wünsch deine Test-Venture-Crew. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.